Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal wieder Rocket League Rumble und es ist endlich so weit, die Season 7 ist angebrochen. Ich habe die ersten Runden schon mal Probe gespielt. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die neue Map hatte ich leider nur sehr sehr kurz. Das neue Open Central wurde sehr aktualisiert, sehr schön gestaltet, relativ bunt gestaltet. Ansonsten habe ich euch hier mal die ersten paar Runden für mich zusammengeschnitten. Ich hoffe ihr habt viel Spaß dabei. Ich bin euer Eukor und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin euer Eukor und wir sehen uns beim nächsten Video. 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 Bis zum 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 nächsten Video.